Hier, gehst du zum Quickie-PAL. Kannst du wirklich Hex-Werste? Ich kann sicher. Nichts egal, was der Konsument-Werstehungs-Service sagt. Vielleicht kommt es nicht immer genau wie du willst, aber Spirits arbeiten in mysteriösen Fällen. Also wenn du irgendwelche Kompläne mit ihnen hast. Hast du Hex-Werstehungs-Werstehung? Ich bin sehr stolz auf diesen Kursen. Er war ein Fisch und hat ein bisschen Körbete mit dem Karma-Bat. Ich glaube, ein Körbete-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehung. Du willst ein bisschen Körbete-Werstehungs-Werstehungs-Werstehung? Nein, Frau. Sorry, Frau. Tell me über dich selbst, Frau Morena. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich habe meine Karte in Thimbleweed, nachdem ich meine Karte auf der Straße viele Jahre alt. Nachdem mir immer so viele Nachts, du kannst Päote-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehung in der Dessert, bevor es sich um die Verkaufs-Werstehungs-Werstehung Okay... Wie hast du in den Ockult geteilt? Ich glaube, dass ich dachte, dass ich mich überbaut und Geld machen kann. Ich dachte, es war eine sehr sinnvolle Spiritschung. Ich weiß nicht was, was ich sagen. Ich liebe Balls-Werstehungs-Werstehung. Und mit dem Geld, den ich von meinen Kursen schreibe, werde ich auf eine Karte in den Bahamas-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehungs-Werstehung. Ich weiß nicht, was sie sagen, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Auf Wiedersehen. Ich habe eine Blutprobe von der Leiche. Sollte eigentlich auch noch nicht gehen. Finde einen verdächtigen Gegenstand mit Blutspuren. Besorge eine Analyse des Bloodtons. Stecke alle drei Analysen in den Restaurant. Blablabla. Die Tauben brauchen eine Röhre. Habe ich. Finde Ray. Habe ich auch. Finde eine Landkarte. Ja, gefunden habe ich die schon. Ich habe sie nur noch nicht. Gehe und rede mit Dolores. Gehe und rede mit Ransom. Finde Pilze in der Kanalisation. Ja, genau. Na gut. Die ganzen Bücher hier, ne? Ich kann sogar die Leiter hoch, oder? Ja. Es ist auf kurseten Räume. Auf kurseten Räume. Also komme ich da noch nicht hoch. Nicht die Bücher, falls du wissen, was du willst. Okay, ich verstehe. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Und schon ist Licht aus da. Ja. Waren wohl der letzte Kunde. Du hast keine glutenfreie Donuts? Glutenfreie Donuts? Nein. Ist da nicht irgendwas? Ja. Ja. Ich will das nicht abholen. Ich kann das nicht abholen. Was ist das? Drücken können wir auch nicht. Gluten Change? Da kann man leider nichts aufnehmen. Du hast es, Gluten Change. Drücken? Ich guck zu viel auspacken. Aber auf Englisch ist das echt fünfmal besser als auf Deutsch. Die Jokes sind einfach viel besser. Ja, hier waren wir schon überall, ne? Es ist ein Stück von Sticky Tape. Ich muss fokussiert bleiben und dieses Mörder zu lösen, damit ich nicht mehr planen kann. Es ist sehr praktisch, dass sie direkt neben uns steht. Ich glaube, ich gebe ihr das mal. Äh, ja. So. Gebt ihr direkt mal beide. Toilettenpapier brauchen wir nicht. Navigator brauchen wir erstmal nicht. Visitenkarte brauchen wir nicht. Bärenabwehr nicht. Tee. Nö, alles das nicht. Jetzt haben wir eine Flasche. Fingerabdruckset. Ne, sonst können wir, glaube ich, erstmal... Foto der Leiche. Das können wir doch in den Facetron geben, oder? Aber vorher will ich erstmal die Fingerabdrücke nehmen. Ich glaube, das geht damit, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, komm, dann gib mal Vollgas. Am Frito vorbei. Go, go, go. Schneller! Lauf! Oh, Specs of Dust. Da, 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 da. Den nehmen wir mit. Na, und darunter. Hm, nein. So, die Leiche liegt da noch. Ist auch nicht komplett verpixelt. Versuchen wir mal. Nutze. Nö, muss es ein besserer Use für es sein. Hm. Es hat so lange in der Wasser gewesen, seine Finger sind waterlogged. Vielleicht versuchen wir, einen Fingerabdruck zu prünen. Hm. Das geht also scheinbar nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Tja. Ja, dann müssen wir einen Arm absägen, das trocknen, und dann, äh, oder? Aber auf der Schlüsselkarte könnte doch, da könnte doch ein Fingerabdruck drauf sein. Ja, 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 ja. Klebeband? Nö, muss es ein besserer Use für es sein. Hm. So einfach ist es dann doch nicht. Schade. Ah, hätte es ja so einfach sein können. Hm, ja, wir laufen mal wieder zurück. Was ist das hier eigentlich? Plastikringe? Ja. Sonst verheddern sich irgendwelche Tiere da unten. Tja, naja, hier Willys Uhren und Geigengeschäft. Ja, wir können ja mal zum Facetron, der steht ja unten, vielleicht von dem Foto her, ne? Was geht da ab? Ist da eine Leiche drum, so? Ja. Was macht der da? Ja. Ja, dann schlaf mal gut. Das Foto, ich guck mal. Benutze mit Facetron. Scheint ja zu gehen. Ja, und nun? Achso. Oder? Brauchen wir jetzt zwei? Ich weiß gar nicht mehr. Zwei. Kann ich in den Finger schon die Karte reingeben? Okay. Ja, Klebeband. Ja, wir haben noch jetzt Tape. Ich werde es außerhalb der Karte halten. Vielleicht sollten sie es Vampiretron nennen. Ja. Tja. Okay, wir gucken mal weiter. Ich muss mal gucken, was hat er. Noch nichts extrem wichtiges momentan. Wir laufen einfach mal weiter. Tja. Bin mir gar nicht mehr so sicher, wo es hier lang geht. Röhrenlager, okay. Oder Torten. Das hilft uns auch nicht. Bushaltestelle. Jetzt ist sie auch gar nicht mehr da, oder? Nee, sie ist auch gar nicht mehr da. Was steht da? Der Ransom der Clown ist hier nicht sehr populär. Es sagt, wenn er sich auf die Schmerzen betrifft. Du meinst Schmerz? Ich habe das bereits getan. Da ist die Schmerz. Da ist die Schmerz. Das ist die Schmerz. Das ist die Schmerz. Noch mal ganz rechts. Irgendwo muss dann noch was ... ach so, jetzt sind wir schon beim Quickie Pearl, ne? Vielleicht hat er jetzt Karten? Man weiß es nicht. Willkommen zu Quickie Pal. Kann ich dir helfen, dass ich nichts finden kann? Es gibt noch keine Karten, ne? Der Scheriff kam ein bisschen vor und hat alle die Pläne gesammelt. Ich bin hier, um zu servieren. Ich habe diese Bottele gefunden. Ich möchte 5 Cent zurück, um die Umwelt zu schützen. Ich möchte 5 Cent von dir, um deine Bottele zu nehmen. Schau mal. Quickie-Pal-Humor. Hier geht's. Die 5 Cent habe ich. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas über den Polizeifunk dann... Jetzt an die... Warte mal, das war gar nicht jedes, weil weiter nach links. Hier an diese Journalisten da funken. Vielleicht haut die dann ab oder so. Wenn die da ist, können wir ja nichts machen. Ja, genau, hier. Nickel News. 5 Cent. Die haben wir jetzt. Kannst du das schon mal einwerfen? Kann ich. Cool. So, die hat doch irgendwas gesagt, worauf sie wartet. Willkommen zum Thimbleweed-Nickel. 8 Jahre Erfahrung und 2 Grad in Journalismus. Das sagt mir, du bist ein FED. Ja, es sind... Es sind wieder komplett genau die gleichen Fragen, ne? Das macht ja keinen Sinn. Aber ich finde, das hätten sie noch ein bisschen... bisschen kreativer lösen können. Da zumindest die beiden dann auch unterschiedliche Antworten kriegen oder Fragen stellen können. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about... A woman out by the circus being falsely reported. Frau am Zirkus. Versuchen wir mal. Oben war der, ne? Dieser... Das Funkgerät. Nutz mal. Es ist ein Poliseradio. Es sieht, wie es auf und bereit ist, zu benutzen. Ready, zu benutzen. Dann mach mal. Dann alle Einheiten. Attention, alle Einheiten! Frau, Zirkus... Was war das dritte? Irgendwas, dass sie nichts gemacht hat, ne? Zirkus? Ähm... Ein Waschbären halt? Ja, aber da ist ja nichts, hat sie nichts gemacht, ne? Ein Gedankenversuch... Ja, okay. Haben wir vielleicht den Gedanken versunken? Eh, das ist nicht viel, aber... Wir sind die kurze Geschichte auf Seite 4. Ich werde bald wieder zurück. Nicht, du tust mich auf. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Komm, schnell, 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 schnell. Geh dahin, nimm das, nimm das. Nehmen, nehmen. Landkarte. So, dann schnell, bevor ihr wiederkommt. Können mich, kann ich ihn jetzt machen. Benutze Landkarte mit Copytron. Das sieht sehr gut aus. Ja, geil. Jetzt haben wir eine Karte. Das ist eine Karte der Karte. Das sollte mir helfen, meinen Weg nachher zu finden. Absolut. Da können wir ja gehen. So, okay, wir haben eine Karte. Und mit der Karte... Können wir jetzt... Wo war das denn jetzt nochmal? Hinter dem Quickie Pal ging es weiter, ne? Ich meine schon. Und da kommen wir jetzt auch mal endlich irgendwo anders hin. Ich hab mal Sally gesagt. Das ist doch Sandy, ne? Hm, ist das richtig? Also hier gibt es zwei, drei Straßen und ich... Ich verlaufe mich da. Nein! Nein, nein, nicht Busseite. Nein, nicht Busseite Stelle. Nein, da wollen wir nicht hin. Ein Bunny Saloon gibt es da. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich rechts. Genau. Und jetzt haben wir eine Karte. Eigentlich müssten wir da jetzt lang kommen. Bin ich ja mal gespannt. Hier ist dieser Zirkus, ne? Von dem Ransom. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das hier könnte das Hotel sein, von dem die da reden. Vielleicht eine Fabrik. Die Kissenfabrik vielleicht. Was ist das? Und da hinten wahrscheinlich das Haus der Edmonds. Ne, ne, ne. Komm jetzt blöd. Ne, ne. Ja. Die haben wir auch. Und jetzt erzähl mir bloß nichts. Ich habe eine offizielle Karte hier. Oh, ich sehe. Na, das sieht legit aus Rino. Ja. Ode. Ich dachte, ich... Ja, oh, gut. Ich glaube, das Gesetz ist das Gesetz. Ich glaube, ich hätte besser diese Karten auf die Quickie-Belle zurückgehen können. Er wollte also nicht, dass wir da runtergehen, ja? Uh, Teil 3, ey. Die Festnahme. Ich fühle mich, dass wir nahe zu diesem Fall verbrechen werden. Die einzige Sache, die du nahe zu verbrechen, ist meine Patience mit dir. Ich will. Let's work together and I can get on with my... I mean, we can get out of this town as quick as possible. Agreed. Ja, komm dann. Ja, Fingerabdrücke, ne? Mordwaffe. Also wir brauchen auf jeden Fall die Mordwaffe. Wir brauchen die Brieftasche. Das heißt, wir brauchen von dem Ransom erst irgendwie so eine Ransom-Merchandising-Brieftasche. Dann kriegen wir die von dem Willy. Und dann müssten wir eigentlich... Ja, da müssten wir schon ein bisschen näher kommen. Wir brauchen ein Blutmatch. Wir brauchen den Blutron. Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, auf der Brieftasche sind noch so Fingerabdrücke drauf. Aber ne, stimmt. Die sind ja auf der Mordwaffe. Wir brauchen zu sprechen mit dem verrückten Klown am Circus. Er hat einen Serial-Killer auf dem allgemein geschrieben. Könnte es nicht schneller sein, ihn einfach zu schießen? Mir ist schon krass drauf. Wir brauchen einen Chat mit einem geickten Programmierer in der alten Mansion. Es ist etwas wunderschönes über sie. Ja, eine Frau mit einem Gehirn. Definitiv zu spüren. In der maniak-Mansion? Hm. Auf geht's. Go, go, go. Brücke, Friedhof. Achso, dann ist hier die Stadt. Genau. A-Street, Easy Street, Aufsichtspunkt. Da sind wir gerade. Hotel, alter Zirkus, Radiosender, Wanderweg, verlassene Fabrik, Admin Mansion. Tja, wo gehen wir hin? Zum Hotel? Ja. Ganz schön pompös, ne? Das ist Backstabdust. Also, Staubkorn. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer auf Englisch sage. Landstraße? Nee. Nee, ich komme bei Weih nicht. Äh, großes, altes Hotel. Zumindest ist es sehr groß. Ja. Impressiv. Ja. 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 Ja, komm. Ja, komm. Rainer. Schick. Ob es hier spunkt? Das ist doch hier der Bruder von Chuck, ne? Ja, wie cool, wie viele Bären der jetzt hat hier? Es ist ein Pillow-Bear-Prototyp. Die Kinder lieben das orange Pillow-Bear. Das ist meine precieste, dazzlinge 4-Page-Prospektus, um die Pillow-Faktor zu einer Toifaktor. Ich habe nur das Original. Ich brauche eine Kopie, um den Investoren zu geben. Können wir hier einen Kopie machen? Hier über dem Nickel könnten wir noch einen machen, ne? Wir haben auch keine 5 Cent. Ja, da kommen wir auch gar nicht her. Ja, vielleicht kann man da drinnen auch eine Kopie machen. Wörter, mach es nicht justice. Ja, das war ein Brunnen. Münzen. Ja, die nehmen wir sofort mit. Nein, 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 nein. Die Münzen. Münzen. Wir haben keine Münzen. Ja. Es sieht besser aus dieser Seite aus. Kann ich jemanden anrufen, aber... Na gut, das wollen wir gerade noch nicht. So, das ist ein Aufzug. Ich glaube, wir müssen erstmal einschecken, ne? Es ist noch im Dezember 1986. Ich glaube, sie können nicht einen neuen für 1987 achten. Ach, da tut sich nicht viel. Hier. White Noise. Ja, das ist schon ganz schön spooky hier. Ja, stimmt. Das ist der Herrscher, oder? Der hat hier alles. Ne, komm. Wir gucken erstmal. Oh, der Sound. Ich bin nicht faszinierend. Es hat Lippstink gemacht. Und ich fühle mich nicht, nach dem Hotel-Gässen zu spüren. Mach mal aus. Hey, Mann. Was ist deine Schmerz? Hör Åh. The second Craig. aus dem Jason-the-News-Guy-Adventure-Game von Mucus-Flem-Games. Mit diesen auf, weiß niemand, wer ich bin. Was ist auf deinen Fuß? Die letzte und größte Rieboxe? Ich habe sie einfach bekommen. Sind sie nicht rad? Was ist mit den letzten und größten? Ich bin nicht grody, wie du. Jeder weiß, dass, wenn du die letzte und die größte bekommen hast, du möchtest gar nicht barf. Ich riskiere meine Reputation, wenn du etwas bemerkst, das nicht die letzte und die größte ist. Ja. Was, wenn ich gesagt, dass du nicht die letzte und die größte Sachen hast? Wie, barf mich aus. All meine Sachen ist total die letzte und die größte. Deine Jacke ist nicht die letzte und die größte. Ja, genau. Ich bin so sicher. Deine Jacke sind nicht die letzte und die größte. Und diese Jacke sind die letzte und die größte. Nichts? Hatte etwas Neues rausgekommen? Ha! Nein, du bist Wiggen. Ich kann nicht einen Dweeb wie du vertrauen, wie du. Ah, ich glaube, wir können die Brille klauen, oder? Ich würde total wissen, was die letzte und die größte war. Und diese Zeit zählen können jetzt zu. Oh, okay.